Hallo ihr Lieben, ich bin Mehdi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen kraftvollen Ganzkörperflow für euch vorbereitet, der es ordentlich in sich hat und in nur 20 Minuten wirklich das Bestmögliche aus euch rausholt, euren Körper kräftigt, fordert und energetisiert. Es ist ein Mittelstufenflow, vielleicht sogar ein fortgeschrittener Mittelstufenflow. Es wäre also auf jeden Fall gut, wenn ihr schon ein bisschen Yoga-Erfahrung mitbringt, denn ich werde nicht nochmal jede einzelne Asana im Detail erklären und auch die Übergänge sind teilweise recht fließend und recht fordernd. Hilfsmittel braucht ihr aber keine, lediglich bückwärme Kleidung und eine Unterlage. Und mein Freund hat übrigens zu mir gesagt, dass dieser Flow sein neuer Lieblingsflow ist. Ich bin also schon mal sehr gespannt, wie er euch gefällt. Also, auf die Mathe und los geht's! Ganz viel Spaß! Wir beginnen in der Haltung des Kindes. Knie mattenbreit, Stirn zum Boden, Arme lang nach vorne ausgestreckt. Gib dein gesamtes Körpergewicht satt an den Boden ab und nimm dir einen Moment, um ganz bewusst anzukommen. Und dafür atme tief ein. Schick dein Atem in die Rückseite deines Körpers und vollständig aus, werde ganz leer. Noch zwei tiefe Atemzüge so. Atme tief ein, füll dich mit Zuversicht und neuer Energie. Und aus, lass alles Schwere, alles Alte los. Noch einmal so. Atme tief und genüsslich ein. Und vollständig aus. Mit deiner nächsten Einatmung rolle auf, schieb dein Becken nach vorne und unten, heb dein Herz. Und mit der Ausatmung kreise über die rechte Seite nach hinten und unten. Ein, kreis über links nach oben, schieb dein Herz nach vorn. Aus, kreis über rechts wieder zurück. Mach das hier ein paar Mal ganz in deinem eigenen Atemrhythmus. Lass den Bauch dabei aktiv, um deinen Rücken zu schützen und spüre in die Beweglichkeit deiner Wirbelsäule. Sehr schön. Dann mach die Kreise in die andere Richtung, entgegengesetzt des Uhrzeigersinns oder einfach in die Richtungen, die du eben noch nicht gekreist hast. Integriere bewusst deine Atmung und genieße diese wohltuende Aufwärmübung, vor allem für deine Wirbelsäule, für deinen gesamten Rumpf. Dann pendel dich wieder in der Mitte ein, stülp die Füße um, atme ein hier und mit der Ausatmung schieb dich in den herabschauenden Hund. Genehmige dir hier einen Moment, um dich kurz einzurichten. Lauf auf der Stelle, schieb die Fersen abwechselnd Richtung Boden und drehe den Kopf gern mal zur rechten und zur linken Seite. Mach jetzt die Bewegung, die es für dich braucht, um hier anzukommen. Behalte dabei aber unbedingt deine Länge im Rücken. Und dann finde in den statischen Hund und lass uns von hier aus direkt kraftvoll beginnen. Atme ein, heb dein rechtes Bein. Atme aus, rechtes Knie zum rechten Ellenbogen, Schultern über die Handgelenke. Ein, rechtes Bein, lang nach hinten und oben raus. Aus, aus, rechtes Knie rüber nach links, Bein strecken, linken Arm heben, Fallen Triangle in der Luft. Ein, komm zurück, dreibeiniger Hund. Aus, rechtes Knie zum rechten Ellenbogen. Ein, schieb dich zurück, rechtes Bein lang nach hinten und oben raus. Aus, Knie nochmal rüber nach links, schwebendes Fallen Triangle. Ein, zurück, dreibeiniger Hund. Und aus, rechts Schritt nach vorn, zwischen die Hände, linkes Knie, linken Fußrücken erden. Einatmen, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Aus, lass dich tief sinken, Low Lunge, Anjaniasana. Einatmen, bring die Hände zum Boden, stülp den linken Fuß um. Und aus, tritt nach vorne in die ganze Vorbeuge. Einatmen, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Und aus, bring die Hände vors Herz. Berghaltung, Tadasana. Nächste Einatmung. Beug die Beine, heb die Arme für den Stuhl, Utkatasana. Ausatmen, senk den Oberkörper parallel zum Boden ab, halber Stuhl, Adha-Utkatasana. Und da komm auf die Zehenspitzen, greif die gegenüberliegenden Ellenbogen und rahme mit deinem Arm deinen Kopf. Wenn du magst, setz dich hier noch ein Stückchen tiefer. Sehr gut. Nächste Einatmung, streck die Arme wieder lang nach oben raus. Und mit der Ausatmung, komm in die ganze Vorbeuge, lass den Oberkörper schwer Richtung Boden sinken. Ein halber Vorbeuge, mach den Rücken lang. Aus, nochmal ganze Vorbeuge, Kopf loslassen. Einatmung, halbe Vorbeuge. Aus, Chaturanga Dandasana. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Großartig. Die gleiche Sequenz nun auf der anderen Seite. Dafür atme ein, heb dein linkes Bein. Atme aus, linkes Knie zum linken Ellenbogen, Schultern über die Handgelenke. Ein, linkes Bein lang nach hinten und oben raus. Aus, linkes Knie rüber nach rechts, Bein strecken, rechten Arm heben, Fallen Triangle in der Luft. Ein, kommt zurück, dreibeiniger Hund. Aus, linkes Knie zum linken Ellenbogen, Stückchen höher. Ein, schieb dich zurück, linkes Bein lang nach hinten raus. Aus, Knie nochmal rüber nach rechts, schwebendes Fallen Triangle. Ein zurück, dreibeiniger Hund. Und aus, links Schritt nach vorne zwischen die Hände, rechtes Knie, rechten Fußrücken erden. Einatmen, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Aus, lass dich tief sinken, Anjanjasana. Einatmen, bring die Hände zum Boden, stülp den rechten Fuß um. Und aus, tritt nach vorne, ganze Vorbeuge. Einatmen, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Und aus, Hände vors Herz, Tadasana. Nächste Einatmung, nochmal Beine beugen, Arme heben, Stuhl. Ausatmen, verschränk die Hände hinter deinem unteren Rücken. Ein, zieh die Faust nach hinten, heb dein Herz. Aus, ganze Vorbeuge, streck die Beine, lass den Oberkörper tief Richtung Boden sinken, zieh die gefaltete Faust nach vorne über den Kopf. Dann löse die Hände, bring die Fingerspitzen zum Boden, Atme ein, komm in die halbe Vorbeuge. Ausatmen, dein Weg in Chaturanga Dandasana. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einen tiefen Zwischenatemzug, tief durch die Nase ein. Und lösen durch den geöffneten Mund wieder aus. Achtung, es bleibt kraftvoll. Einatmen, bring die Unterarme zum Boden, Delfin. Aus, schieß dich nach vorne durch, Chaturanga. Einatmen, aufschauender Hund, Herz heben. Aus, herabschauender Hund. Noch zwei Runden so. Wenn dir das zu viel ist, dann fließe einfach durch ein reguläres Vinyasa. Ich blende diese Variante auch nochmal ein. Einatmen, Unterarme zum Boden, Delfin. Ausatmen, Chaturanga. Ein, aufschauender Hund, Urdhva Mukha Svanasana. Ausatmen, herabschauender Hund, Ardho Mukha Svanasana. Noch einmal. Einatmen, Delfin. Aus, Chaturanga. Einatmen, Updog. Ausatmen, Downdog. Nice. Nächste Einatmung. Heb dein rechtes Bein lang nach hinten und oben raus. Ausatmung, Rechtsschritt nach vorn zwischen die Hände. Einatmen, richte dich auf. Krieger 1 Variante. Ausatmen, stell den linken Fuß seitlich quer auf, Arme parallel zum Boden, Krieger 2. Setz dich tief und satt in deinen Krieger. Beug dein rechtes Bein noch ein Stückchen mehr an. Und dann löst die rechte Ferse vom Boden für unsere schöne, kraftvolle Variante heute hier. Dann drehe die rechte Handfläche Richtung Decke. Atme ein, zieh dich nach vorn und aus. Lehn dich zurück. Reverse Warrior mit gehobener rechter Ferse. Nächste Einatmung, komm zurück, Krieger 2, rechte Ferse zum Boden. Und mit der Ausatmung, kurbel dich windmühlenartig nach unten und tritt zurück in den dreibeinigen Hund, rechtes Bein in der Luft. Öffne die Hüfte, beug dein rechtes Bein, lass den rechten Fuß hinter dir zum Boden sinken und lande in Wild Thing. Einatmen, schieb dein Herz höher. Achtung, Ausatmung, bring dein Gesäß zum Boden und zieh den rechten Arm lang nach vorne, Richtung linke Zehen. Noch zweimal so. Einatmen, öffnen, Wild Thing. Ausatmen, Gesäß tief, lehn dich nach vorn. Ein öffnen, aus, lehn dich über dein ausgestrecktes Bein. Nächste Einatmung, komm zurück, Wild Thing. Und aus, dreibeiniger Hund, rechtes Bein in der Luft. Einatmen, roll nach vorn, dreibeinige schiefe Ebene. Ausatmen, senk ab. Ein, Kobra oder aufschauender Hund. Aus, herabschauender Hund. Wir bleiben im Fluss. Einatmen, heb dein linkes Bein lang nach hinten und oben raus. Aus, links, Schritt nach vorn, zwischen die Hände. Ein, richte dich auf, Krieger 1 Variante. Aus, Krieger 2, stell den rechten Fuß seitlich quer, Arme parallel zum Boden. Setz dich tief und satt in dein Virabhadrasana 2. Beug dein linkes Bein noch ein Stückchen mehr an. Und dann löst die linke Ferse vom Boden und spür die Aktivität in deinem linken Oberschenkel. Dreh die linke Handfläche Richtung Decke. Atme ein, zieh dich nach vorn. Und aus, lehn dich zurück, Reverse Warrior mit gehobener linker Ferse. Nächste Einatmung kommt zurück, Krieger 2, linke Ferse tief. Und aus, kurbel dich windmühlenartig nach unten und tritt zurück in den dreibeinigen Hund, linkes Bein in der Luft. Öffne die Hüfte, beug dein linkes Bein, lass den linken Fuß hinter dir zum Boden sinken und lande in Wild Thing unserer allseits beliebten Rockstar Pose. Ein, schieb dein Herz höher, aus, bring dein Gesäß zum Boden und zieh den linken Arm lang nach vorne Richtung rechte Zehen. Noch zweimal, einatmen, öffnen, Wild Thing, aus, Gesäß tief, lehn dich nach vorn. Ein, öffnen, aus, lehn dich über dein ausgestrecktes Bein. Nächste Einatmung kommt zurück, Wild Thing und aus, dreibeiniger Hund, linkes Bein in der Luft. Allerletztes Vinyasa für heute. Einatmen, roll nach vorn, dreibeinige, schiefe Ebene, aus, senkt kraftvoll ab. Einatmen, Kobra oder aufschauender Hund, ausatmen, herabschauender Hund. Einlösenden Atemzug, hier tief durch die Nase ein und durch den geöffneten Mund wieder aus. Nochmal so mit Löwenatmung. Atme tief, tief ein, zerknautsch dein Gesicht, halte den Atem und aus, Zunge raus, alles loslassen. Sehr gut. Achtung, nächste Einatmung, beug die Beine, schau nach vorn und mit der Ausatmung finde deinen persönlichen Weg entweder über den Handstand, einen Sprung oder einen Schritt nach vorne und lande in Navasana, unserer Bootsposition und abschließenden Übungen für die Körpermitte. Mach den Rücken hier ganz lang, zieh die Schultern weg von den Ohren und streck deine Arme lang nach vorne raus. Dann atme ein, komm ins Low Boat, lass dich zum Boden sinken, streck die Beine nach vorne aus, atme aus, komm nach oben, klassisches Boot. Noch fünfmal so, dann hast du es geschafft. Einatmen, Low Boat, aus, zieh dich nach oben, Boot. Ein, tief, aus, hoch. Letzten drei mit gestreckten Beinen. Einatmen, tief, aus, hoch, lass die Beine lang, noch zweimal. Einatmen, Low Boat, aus, komm nach oben. Einatmen, tief und ausatmen, hoch. Nächste Einatmung. Noch einmal nach unten, hier halten, 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 halten. Und dann löst das Ganze auf, leg den Oberkörper flach am Boden ab und je nachdem, was du gerade brauchst, zieh dich entweder in die Länge oder mach dich ganz klein und zieh deine Knie zu dir ran. Nimm dir einen kurzen Moment hier Wunderbar. Abschließend finde von hier aus in die liegende Drehung. Dafür bring dein rechtes Knie rüber nach links, streck deinen rechten Arm zur rechten Seite raus, blick zur Decke oder zur rechten Hand. Wie schnell kannst du deinen Atem und deinen Geist beruhigen? Wie schnell kannst du all das loslassen, was gerade hinter dir liegt? Atme nochmal tief ein und aus und dann komm zurück zur Mitte, wechsel die Seiten, bring dein linkes Knie rüber nach rechts, streck den linken Arm rüber zur linken Seite raus, blick zur Decke oder zur linken Hand. Lass die Augen gern geschlossen, dein Bauch ganz weich werden und die Atmung ganz natürlich fließen. Lass los. mit der nächsten Einatmung komm zurück zur Mitte und dann mach dich hier nochmal ganz, ganz klein zu einem Mini-Päckchen, zieh die Stirn zu den Knien ran und dann atme hier tief, tief, tief ein, halte und mit der Ausatmung löse auf, lass die Beine am Boden aus, gleiten, leg die Arme bequem neben deinen Körper und finde den Weg in deine Schlussentspannung, in dein Shavasana. Eine Minute Stille, ganz für dich. eine Minute Stille, Bis zum nächsten Mal. 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 ила. Vielen Dank. Dann komm wieder zurück. Vertief den Atem. Bewege Finger, Handgelenke, Zehen, Fußgelenke. Bring die Arme lang nach hinten über den Kopf. Streck und räkel dich. Und dann finde über eine Seite zurück ins Sitzen. Komm in den Schneidersitz. Atme ein. Heb die Arme ganz kraftvoll über beide Seiten nach oben. Atme aus. Bring die Hände vors Herz. Senk den Blick. Verneig dich vor dir selbst und deiner Yoga-Praxis. Und bedanke dich bei dir, dass du dir heute diese wertvolle Zeit für dich selbst genommen hast. Zieh die Mundwinkel nach oben. Schenk dir ein zauberhaftes Lächeln, voller Vertrauen, voller Zuversicht. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Und bis ganz bald wieder auf der Yoga-Matte. Namaste. Bis zum nächsten Mal.